Ich sage, grüß mich. Mich auch. Wie geht's? Gut. Und mir? Blendend. Will ich vielleicht ein Gläschen Wein trinken? Nein, danke, ich trinke tagsüber nichts. Ha, schon die erste Gemeinsamkeit, ich wusste gleich, dass wir uns verstehen. Ich hab nix dazu gesagt, weil ich weiß, ich trinke ja schon ab und an mein Glas Wein am Tag.